Beruflich mache ich auf der einen Seite die Lehrerausbildung, also wir bilden Geografie für Hund-, Haupt- und Realschulen in Nordrhein-Westfalen aus. Fachlich, also so forschungsmäßig, gucke ich mir Mineraltransformationen an. So einen Moment mit gleißendem Licht- und Aha-Effekt kann ich glaube ich jetzt nicht festmachen. Ich glaube, es sind eher viele kleine Momente, in denen ich festgestellt habe, ich bin nicht alleine in der Situation. Also dieser Peer-Faktor war glaube ich der größte Gewinn für mich an diesem Programm, dass ich feststelle, ich kann mit Menschen über diese Anforderungen, die an mich gestellt werden oder die Lebenssituation, in der ich mich befinde, reden. Die können das sehr genau nachvollziehen, weil sie in genau der gleichen Situation sind und der Unterschied eben zum privaten Umfeld ist, dass sind Leute, die es wirklich nachvollziehen können. Für wen ist das Cornelia Hard to Mentoring? Prinzipiell für jeden, insbesondere aber für junge Frauen, die sich in ihrer Qualifikationsphase befinden an der Hochschule. Ich würde sagen, das Programm ist eine hervorragende Hilfe, um sich zu orientieren, um die Karriereentwicklung sehr viel strategischer angehen zu können und Hilfestellung auch bei der persönlichen Orientierung zu bekommen.